So, so, so YouTube, hallo, hallo und herzlich willkommen zu Geotastic. So sieht's aus, wir spielen all around the world, Pinpointing, 30k, 5 Runden, unendlich viel Zeit. Wir werden genau herausfinden, wo wir sind und ich würde sagen, let's go, wir starten mal. Gucken, wo es uns hin verschlägt, vielleicht nach Chile? Schon mal ein guter Startpunkt. Motorparts, Ashgrove, Intersport, Fawn. Sieht nach England aus, ich würde sagen, Jersey. Wahrscheinlich irgendwie sowas, nicht? Inhibur, Takeaway oder Schottland oder so. Fernhill. Rams. Ich fahre mal in die Richtung. Wir drehen mal direkt am Start um. Hier ist nämlich ein Kreisverkehr. John Earls Car Sale. Earl. Der Earl von Schottland. Könnte sein. Residential und Commercial. Noch ein Kreisverkehr. Okay, also wenn wir die Stelle finden, dann relativ eindeutig auch. Dublin. Irland. Na, guck an. Damit hätte ich nun gar nicht gerechnet. Sponsor bei Toblin Garden. Okay. Wir sind bei der M11. M11. Gut. Alle Wege führen nach Dublin, aber M11 ist gut. Jetzt ist die Frage, wo sind wir selber? Das wissen wir als einziges gerade noch nicht. For Sale. Houses. Planning. Duelings. Register. Terrace. Houses. Aber er schreibt den Ort nicht hin. Gut. Warum sollte man den Ort hinschreiben, wenn man in dem Ort ist, nicht? Ist immer so eine Sache. Welcome. Topline. Garden. Leon Recycling. Electrical Supplies. Hier hilft uns auch nicht weiter. Komm. Einfach raus aus der City. Aber hier hat man auch einen geilen Blick. Boah. Schon schön. Und eine große Straße. Noch besser. Aber die ist nur kurzzeitig groß. Das ist nur eine große Kreuzung. The Gables. Wreckingfest. Ob wir da am ehesten aus der Stadt rauskommen? Oder aus dem Dorf? Ich weiß ja nicht, wie groß. Aber sieht schon eher städtisch aus. Nee. Da steht nix. Das kann doch schon gar nicht mehr im Ort hier sein. Kein Ortsausgangsschild. Was steht da mit Telekommunikation? Bellydorf Text Community Alert. Okay. Warum hat Bellydorf ein Text Community Alert? Also wozu? Und was alarmiert der mich? Und wo sind wir? Bellyred. Hier. Belly Garrett. Aber wir sind im Bellydorf. Aber wenn hier Belly Garrett ist. Belly Canoe. Belly. Belly Wugoo. Belly Canoe. Ach komm. Belly Degay. Bonkodule. Belly Murren. Oh. Black Water. Ich wollte schon Belly Water sagen. Belly Deadmond. Belly Coulard. Belly Money. But we need Belly Dove. Hier ist Britta. Belly Berliner Barney. Belly Ney Clash. Also das sind Namen. Und da sind wir schon in Dublin. Bridgetown. Clearstown. Ich würde sagen irgendwie hieß Belly Huge. Irgendwo in dieser Ecke hier. Belly Canoe. Belly Dude. Belly Enly. Belly Murphy. Also hier hinten heißt alles irgendwie Belly. Belly Hackett. Belly Lusk. Wahrscheinlich heißt die Region Belly Alley oder sowas. Aber dann scheint das ja doch größer zu sein, wenn das hier alles noch zu diesem Ort zählt. Okay. Aber wir gehen mal einfach zum Start zurück. Und fahren in die andere Richtung. More Parking. Super Value. Free App Today. Car Parking. Pharmacy. Manchmal steht ja da irgendwie McDonalds. Blablabla oder sowas. KFC haben die. Also Lidl haben die sogar. Brecon and Daughters. Ice Cream. Mhm. Und sehr viele Kreisverkehre. Main Street. Town Center. Okay. Das ist ja doch schon echt riesig. Town Heads. John Barbary. Arclow. Okay. Wir sind in Arclow anscheinend. Oder der heißt Arclow. Arclow. Ne. Macht aber Sinn. Arclow ist gut. Da ist der McDonalds. Da sind die beiden Kreisverkehre. Und wir stehen ja dann dazwischen irgendwie. Vor dem. Rico's Takeaway. Hier. Das hat keinen einzelnen Namen. Oder Ashgroove. Car Sale. Motor Car Sales. Ja. Okay. Rico's Takeaway. Da. Da stehen wir. Genau. Fern Hill Road. Oder so. Hieß die andere. Genau. Wir stehen also. Fern Hill. Und die ist. Nordwestlich. Nordwestlich. Also sind wir. Da so. Ja. Vielleicht hier. Bengo Bongo. 3,37 Meter. Sehr schön. Erste Runde abgeschlossen. Auf in Runde 2. Runde 2. Ostblock. Elkoplast. So spontan hätte ich. Bulgarien gesagt. Ohne weiteres zu kennen. War Schrift auf dem Auto. Nicht wie der Griechenland. Bitte nicht. Nee. Reuselitsch. Reuselitsch. Tova. Okay. Jetzt. Nicht so besonders. Das könnte noch überall sein. Okay. Wir kommen nur hier rum. Oh oh. Ich sehe schon schwarz. In die eine Richtung wird es nicht weiter gehen. Oder? Na doch. Da hinter den Garagen kommt man nochmal weiter. Na. Hoffentlich zumindest. Aber wir können nur links rum. Okay. Also wir können nur im Kreis fahren. In die eine Richtung. Sehr gut. Das sieht doch aber nach einer größeren Straße aus. Schon mal sehr sehr gut. Ähm. Wir fahren nämlich den LKW hinterher. LKWs sind immer ganz gut. Die fahren entweder von oder zur Stadt. Oh. Und Bushaltestelle. Da ist eine Karte. He 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 he. Okay. Also wir haben sogar schon eine Karte von der Stadt. Das heißt. Wenn wir herausfinden wo wir sind. Ähm. Dann sollte es relativ easy zu sehen sein. Wir sehen auf jeden Fall eine große Autobahn. Und die liegt Richtung Osten. Okay. Also kam der LKW von der Autobahn. Dann fahren wir Richtung Autobahn. Wobei wir auch in die Kreuzung in der Stadt hätten fahren können. Und da würde dran stehen welche Autobahn das ist. Gut. Aber auf der Autobahn steht genauer wo wir sind. Dann macht das mehr Sinn. Äh. Welke Levar. Okay. Ungarisch. Welke Levar. Ah. Was hast du? Top Länder Domain. Was hast du? Slowakei. Okay. Könnte auch passen. Schienen. Auch nicht schlecht. Also Slowakei Schienen und jetzt brauchen wir noch die Autobahn. Ah. Was steht da? Nafta Expedia. Ist Nafta nicht so ein Weltkulturerbe Ding? Ja. Ja. Nicht wahr? Da kommt die Autobahnbrücke. Hoffentlich gibt es auch eine Auffahrt. Wenn nicht springen wir einfach runter. Ja. Okay. Gibt keine direkte Auffahrt. Zack. Für uns aber schon. Ähm. Jetzt hätte ich auf der Karte gucken sollen. Ist die Auffahrt südlich oder östlich? Jetzt kannst du es ja nur noch um Minuten handeln, ne? Ich brauche ja nur das Schild, damit ich ungefähr weiß, wo ich gucken muss. Wir haben den Stadtnamen, wir haben den Landesnamen, wir brauchen nur noch die ungefähre Ortschaftsecke, dann suchen wir den kleinen Ort und dann müssen wir uns ein bisschen durch die Stadt noch zuppeln, aber das sollte nicht so schwierig sein wie in Griechenland gerade. Für alle, die jetzt das sehen, Griechenland war, glaube ich, in der Folge davor. Also gerne mal reingucken, da haben wir eine Stunde in Griechenland verbracht. Ich freue mich wirklich, wenn die irgendwann so smoothen Übergänge haben und das nicht die ganze Zeit so wegblurrt und man wirklich halt einfach so die Fahrt, sag ich mal, genießen kann. Wenn einfach KI alle Zwischenbilder berechnet hat und man einfach sauber auch 10 Meter springen kann, das wird was. Hallo Lightrow! Aber es wird wahrscheinlich noch ein paar Jahre dauern. Okay, ich glaube, die Autobahnauffahrt war in die andere Richtung. Äh, gut. Blöd, blöd, blöd. Endlich Geotastic, aber nicht mehr viel. Da hast du schon die Hälfte verpasst. Drei Stunden Geotastic. Eigentlich wollte ich schon wechseln, aber eine Runde wollte ich noch machen. Ja. Der späte Wurm fängt keinen Vogel mehr. Mann, wo kommt denn hier mein Autobahnschild? Ich hätte echt in die andere Richtung fahren müssen. Okay, aber in der Autobahnraststätte müsste doch was dran stehen. Oder da hinten an der Brücke. Weil wenn ich jetzt zurückfahre, weiß nicht, ob ich dann schneller zum Ziel komme. Und jetzt erst Feierabend. Und jetzt erst Feierabend. Was? Freitags muss dir der Chef Feuer freigeben. Echtes Bier. Sieht aus wie Pilsener Uhrquell. Motel M. Slotty Balunky. Okay. Mir würde trotzdem eher helfen, wenn ich wüsste, welche Autobahn das hier ist. Warum schreibt man das bei Ausfahrt nicht ran? Ah, da vorne kommen blaue Schilder. Komm. Gleich haben wir es. Freitags wird zum Chef gegangen und gesagt, 18 Uhr ist Geotastic-Zeit. Da muss ich online sein. Gut. Bald ist es wieder eher 18.30. Wo ist denn? Ach, das war ein LKW, das blaue Schild, oder was? Äh. Ah, da. Vielleicht das grüne. Komm. Einfach nur eine Nummer. Du musst mir nur eine verschissene Autobahn-Nummer jetzt geben. Okay. Ausfahrt bei Malaki. Ja, das finden wir doch, oder? Also, Slowakei. Die haben ja nicht so viele Autobahnen. Die Autobahn verläuft Nord-Süd. Da gibt es auch nicht so viele. Äh. Eigentlich nur eine. Äh. Die hier. Das ist nur die Frage, wo ist Malaki? Hm. Nein, die E-77, ist das nur eine Autobahn? Ne, das sieht nicht nach einer Autobahn aus. Autobahnen sind nur die. Eigentlich können wir nur auf der hier sein. Eigentlich können wir nur hier oben drin sein. Malaki, Malaki. Die Mikulas sehe ich. Malaki, da. Da ist noch eine Nord-Süd-Autobahn. Boah. Ganz am Rand. Okay. Dann sind wir hier irgendwo. Wir fahren Richtung Süden. Dann kommen wir. Da. Welke Levar. Da kommen wir raus. Die Autobahn. Ne. Ich wollte gerade sagen, die Autobahn führt nicht. Wir sind da oben rauf. Genau. Wir sind über die Schien. Wir kamen von hier. Wir sind nicht über die große Straße gekommen. Das heißt, wir kommen irgendwo hier raus. Ich weiß noch nicht mehr, Süden oder Norden. Dann gucken wir mal. Wir stehen an der Kante Südosten. Südosten. Zu Südwesten. Südosten. Südosten. Zu Südwesten. Hä? Warte mal. Kann ja gar nicht sein. Südwesten. Südosten. Südwesten. Osten. Da ist ja ein Knick drin. Hä? Hä? Gut. Es ist mehr Westen. Ah. Es ist mehr Westen. Und das ist hier wahrscheinlich mehr Norden. Ich habe nächste Woche Urlaub und musste noch eine Aufgabe fertigstellen, weil niemand anderes mehr da war. Kündigen. Dem ich jetzt hätte ich übergeben können. Wahrscheinlich alle Fußball gucken. Tja, da muss man halt schneller sein. Okay. Südosten, Südwesten. Norden, Osten, Süden, Westen. Eher Westen. Also so. So eine Ecke. Wo ist das? Könnte hier sein. Dann müssten wir Norden, Osten, wenn wir nach Westen fahren, müssten wir direkt auf die große Straße kommen. Und das war nicht der Fall, nicht? In die eine Richtung konnten wir nämlich nicht weiterfahren. Richtig. Wir sind hier am nördlichen Ende der Stadt. Okay. Also wir haben so eine Ecke. Im nördlichen Ende der Stadt. Und du hast getrödelt. Oh, oh, oh. Ausfahrt rausfahren? Ja, es gab nur keine Ausfahrt. Da muss man ja wissen, wo die Ausfahrt ist. Die hatte ich ja gesucht. Aber brauchte ich ja da nicht. Ich wusste halt nicht, wo hier, äh, also ich bin hier rauf. Also hier gab es keine Autobahnauffahrt und ich bin jetzt hier runtergefahren, nicht? Anstatt hier nach oben. Weiß man halt nie, in welche Richtung das ist. Wenn man nicht weiß, wo man ist. Wenn man weiß, wo man ist, dann weiß man auch, in welche Richtung die Ausfahrten liegen. Aber ich nehme natürlich zu 100% die 50%ige falsche Wahrscheinlichkeit. Ja, wahrscheinlich die Ecke hier oder so. Sowas könnte ich mir vorstellen. Dann können wir hier nur runterfahren. Und das sind diese langen Gebäude, die hier Fußballstadion nehmen. Im Fußballstadion ist das hier nicht. Das glaube ich nicht. Da ist kein Fußballstadion hinter. Oder? Da ist ein Fußballstadion hinter. Okay, wir sind hier. Äh, und das geht nach Süden. Eher nach Süden. Ah, ich würde, ganz ehrlich, ich würde sagen, wir stehen da. Hier ist auch die Straße, die weggeht. Wir fahren jetzt hier nochmal auf die hier. Und die führt nur nochmal rum. Also wie, genau. Und die führt nur nochmal rum. Das passt. Aber hier müsste noch eine Straße sein. Das ist eine Straße anscheinend. Nicht offiziell ist. So, und bei uns geradeaus geht es dann nur nach rechts rum. Ja, das passt. Wir sind da. Okay, nochmal gucken ganz genau. Wir stehen am südlicheren Teil. Also, eher hier. Und wir stehen, wenn wir nach Osten gucken, gucken wir genau auf die Kante vom Haus. Also, also, ich würde schon sagen, hier eher Finish. 1,68 Meter. Jawoll. Runde zwei. Und damit Runde drei. Du hast getrödelt. Ja, ja, trödeln kenne ich. Oh, nee, schon wieder Osteuropa. Vielleicht mal, oh, vielleicht mal hier oben. Ja, ja, ja. Nee, oh, okay, Ungarn. Na gut. Nehmen wir halt Ungarn. Kunstkorba. Sehen wir das. Kunskorba. Kischkunkalas. Oder Trö... Oder Töröxent Miklös. Also, Tröten mit Klößen. Irgendwie so. Was soll dat sein? Mikölööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö Törö, Törö, Mr. Mikulolotos. Ja, zu auffällig. So, das liegt Richtung Westen. Und dann müsste Kunkobadaza in die andere Richtung liegen. Kendris, Kumandras, Türkei. Da würde ich erwarten, dass eigentlich Debrichean dran steht. Kunksorba. Kunksorba. Kunksorba sehe ich nicht, muss ich gestehen. Ach, das liegt in der gleichen Richtung. Ah. Ja, okay, aber selbst dann. Das liegt Richtung Westen. Es kann hier nur 10, 12 Kilometer von hier weg sein. Das heißt, es kann nur in diesem Umkreis hier liegen. Kunkroba. Da. Ah, ist ganz klein. Okay, und das beides ist 14 Kilometer von uns weg. Dann können wir in Türkeiwe zum Beispiel sein gerade. Dann fahren wir mal raus und gucken wir, ob wir in Türkeiwe sind. Ah, und das geht, ja. Nach Westen raus aus dem Dorf. Ja, das würde, dann würden wir genau hier gerade stehen. Hier ist ein Fluss. Cross-Buffet. Wenn da Cross-Buffet ist. Zimmerfrei. Das kann sogar ich lesen. Bisschen creepy, oder? Din, 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 din. Also, wenn du nachts hier angst, äh, nachts hier ankommst, hast du Angst. Nachts hier Angst kommst. Ja, genau so. Huf. Weg. Spidan. Wir fahren einfach raus. Wir fahren raus. Wir fahren raus. Ein Penny ist hier. Ein Penny-Markt. Warte mal, wir fahren gerade nach Nordosten. Das passt sogar. Wo ist der Penny? Der ist nicht eingezeichnet. Vielleicht gab's den damals. Vielleicht gibt's den ja nicht mehr. Die Bilder sind von... Die Bilder sind von... Dass man das immer suchen muss. ist nie an der gleichen Stelle. Da oben. In der Wolke. Ich hab's gerade kurz aufblitzen sehen. Dann war's weg. Da. Hä? Ich ranzumme, verschwindet's. 2021. Also kann sein, dass... Wow. Worker and Resources in Action. Aber so richtig... Was ist das denn? Ein... Ein Trabi... Mit... Steinvermalungen... Verzierung? Also im Osten findet man immer spannende Sachen in Geotastic. Oder in Afrika auch. Aber in anderen Ländern nicht so oft. Aber das ist ja schon... Crazy. Wer lässt sich sein Trabi mit Mosaik bepacken? Aber hey, Special Interest für alles. Nicht wahr? Würde ich sagen. Ja. Das Wetter ist uns übrigens schon wieder nicht gnädig. Das weiß halt genau, was am Wochenende ist. Also ich sag mal so. Dieses Jahr mit IRL anfangen war das Schlechteste, was ich hätte machen können. Man kann halt einfach ständig nicht rausgehen. Automoso. 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 Okay. Ja, aber dann sind wir hier. Dann starten wir... Ja, genau an dieser Straße. Ich wüsste gerne, wie die Straße hier heißt. Das werde ich nicht herausfinden, oder? Helfen Sie mir kurz weiter. Nein. Das wird hier auch nirgendwo dran stehen. Nur mit ganz viel Glück, wenn man das hat, steht das an irgendeinem Haus dran. Aber wahrscheinlich ist es dann eh zu weit weg. Die Häuser sind hier nicht dicht an der Straße, leider. Hier, 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 Hermann Otto. Okay, und wir finden den einzigen Deutschen in ganz Ungarn, der in einem abgelegenen Dorf wohnt und Hermann Otto heißt. Na klar. TÜV könnte kompliziert werden, warum TÜV, für Hermann Otto? Das steht hier leider nicht dran. Doch, hat er, da ist er, da ist er, okay. Das hier ist der Hermann Otto-Ter. Wer auch immer Hermann Otto-Ter ist. Und das sind die beiden Straßen. Okay, ja, ich würde sagen, let's go, oder? Bababam, vier Meter. Sehr schön. Und damit schon in die vierte Runde. Oha, das könnte länger dauern. Afrika. Okay, Kenia. Okay, ungefähr wissen wir wo wahrscheinlich. Ich würde fast sagen, hier dann. So vom reinen Gefühl. Wenn's Kenia ist. Könnte natürlich auch noch, äh, woanders sein. Aber, wenn wir in Safari kommen finden, bin ich sicher. Wir haben auf jeden Fall Hütten. Alles klar. Die bauen sich aber auch schon Häuser. Interessant. Die Seitenstraße macht bei Hermann Otto einen leichten Knick. Ja, die hatten wir ja gesehen. Heute ein starkes Delay. Ich bin schon immer Minuten weg. Das ist immer, äh, blöd, ne? Wenn ich so schnell bin, dann bin ich euch immer zeitlich voraus. Unser Internet ist zur Zeit auch ein bisschen schlechter. Wir haben morgens immer Upload-Probleme, die sich dann aber wieder beheben, als ob die in den Leitungen fummeln. Und dann bricht halt, äh, gerne auch mal sowas wie der VPN zusammen, wenn man arbeitet. Ziemlich nervig. Ich geh dann jetzt immer über das Handy rein. Geil, dass man einen Unlimited-Handy-Vertrag sich geholt hat. Dass man da wegen sich, äh, ein bisschen normal weiterarbeiten kann. Ich mein, das ist dann ne ordentliche Verbindung. Gerade bei Arbeiten ist es nicht so wichtig, ne? Für Stream, na gut, müsste eigentlich auch gehen. Könnte gerade so hinkommen. Ah, scheiße. Wenn die die Straße immer bauen, dann stehen halt keine Straßenschläder rum. Das heißt, wir müssen entweder fahren, bis die Zeit älter wird. Und die Straße wieder da ist. Oder neuer wird. Wann ist denn das hier? 219. Okay, es könnte also Bilder geben, wenn die da nochmal langgefahren sind. Oh, hier ist ein Schild. Mulumong Guesthouse. Guesthouse Backpackers Camping Pony Tracks. Okay. Lesotho sind wir. Krass. Okay, nicht Kenia. Lesotho. Wow. Okay. Hätte ich jetzt nicht auf dem Schirm gehabt, muss ich gestehen. Mulong. Metolong. Mappetong. Super, die haben alles mit M. Malalela, Maffainga. Mulolong. Okay, hier sind wir irgendwo. Ah, schöne Scheiße. So, und wie heißt das? Gästhaus einfach nur. Pony Tracking. Okay, hier. Da sind wir. Da ist auch Mulong. Da ist Mutolong. Hier ist Mutolong und hier ist Mulolong. Auch sehr gut wieder. Das heißt, wir haben jetzt zu 80% die Stelle, wo wir sind. Lass mal den Delay messen. Kannst du auch einfach selber gucken. Den hast du unten. Wenn du auf das Zahnrad gehst, kannst du dir Stream-Informationen anzeigen lassen. Und da steht dein Delay zu mir. Mein Delay hilft dir nicht. Aber das Delay wird technisch genauestens angezeigt von Twitch. Da braucht man nämlich nicht messen oder Mama sagen, weil das ist trotzdem zu ungenau. Da kannst du nur so im Sekundenbereich das in etwa abschätzen. Selbst wenn es drei Sekunden sind, kriegst du es dann nicht mit. Erweitert. Videostatistiken. Laten zum Broadcaster. Also ich hab drei Sekunden. Quasi. Wenn du so möchtest. TV kann nichts anzeigen. Scheiß TV. Weg damit. Wir brauchen einen 10.000 Euro Fernseher, der das kann. Ich glaub, selbst der könnte das nicht. Achso, ja. Wie soll ich das jetzt noch weiter eingrenzen? Ich würd sagen, das ist hier direkt nicht. Die Lodge. Okay. Und die ist nach Süden. Das würde aber gar nicht passen. Die St. James Lodge wär im Süden. Aber das hier ist die Mulong Lodge. Und die wär hier. Und die hat aber keinen südlichen Eingang. Das macht mich schon wieder unglücklich. Das macht mich schon wieder sehr, sehr unglücklich. Und hinter uns ist ein großer Hügel. Im Norden. Ja, es könnte sein, dass das die Lodge ist. Oder dass die wandert, nicht? Dass die nicht immer da ist, halt. Oder dass wir hier stehen nach Mulong. Wobei ich schon sagen würde, das hier ist eher hier. Aber auf der anderen Seite haben wir gar keinen. Okay, im Süden haben wir nix. Das heißt, wir können nicht hier stehen. Das ist schon mal wichtig zu wissen. Weil dann würde ich das Gebirge hier sehen. Und das sehe ich nicht. Also ich sehe eins, aber es ist viel zu weit weg. Das ist eher das hier hinten. Dann stehen wir hier. Aber warum sehe ich denn ihn hier? Wenn ich das mit ihm mache, Nordosten. Gut, das könnte auch der sein. Dann könnten wir hier stehen. Ja, das könnte Sinn machen. Das könnte der sein. Da kommt das Gebirge. Nach Süden sehen wir die Arme von dem Gebirge. Gebirge. Und das sieht auch so aus, als ob da unten der Fluss langläuft hier. Hm. Ich glaube, dass der Delay liegt mehr daran, dass du selten in den Chat schaust. Naja, weil ich aufnehme für YouTube. Hm. Ihr könnt ja gerne mitraten, aber ich muss ja nicht auf euch eingehen. Haha. Frech, wie ich bin. Weil ihr sagt mir vielleicht Sachen vor, die ich gar nicht vorgesagt haben will. Ich muss nämlich immer aufpassen, dass nicht irgendjemand googelt. Oder so. Also da unten ist auf jeden Fall der Fluss. Okay, dann ist das der Hügel, den wir sehen. Ja, dann ist nur die Frage, wo stehen wir hier genau? Wahrscheinlich vor dem Ding dann. Wobei, wartet, wenn wir hier starten... Wo bin ich eben gewesen, ein Stück nach Norden gefahren, nur. Anhand der Straße, die geht nach Osten. Das macht die hier nicht. Also die Straße ist von uns, von einem Punkt, genau östlich einzusehen. Und dann geht sie weg. Wo auch immer hin. Das sehe ich nicht. Es könnte also sein, wir sehen den Punkt hier, dass das das ist. Und es das hier, die... Der Schwung. Aber dann fällt der Bogen rum. Kann es also auch nicht sein. Macht mich unglücklich so ein bisschen... Wäre auch ein bisschen sehr weit oben, nicht? Aber andererseits sehen wir ja den Fluss. Hm. Kurz hinlegen, Schulter komplett kaputt. Mein ganzer Arm tut weh. Wenn es der falsche Arm ist, Krankenwagen rufen. Hier, was steht denn da noch? St. James. Hm. PV High. Da steht alles nicht drauf. Sag mal bereit, wenn du deiner vollen Aufmerksamkeit im Chat bist. Für eine Delay-Messung. Ich mache jetzt keine Delay-Messung. Sorry. Das möchte ich jetzt nicht. Wie gesagt, guckt einfach selber in den Statistiken nach. Besorgt euch ein Gerät. Da steht das genau. Zur Not am Handy gucken. Dann wisst ihr immer genau, was euer Netzwerk zu mir an Delay hat. Dafür ist es ja da. Wenn der Fernseher das jetzt nicht kann, ist es ein bisschen blöd. So, da ist noch was westlich. Das könnte das Ding hier sein. Ich will mich hier immerhin konzentrieren, dass wir das hier mal schaffen. Nach Norden. Okay, das könnte schon wirklich jetzt das sein. Und dann geht das hier weiter rüber. Und da ist auch der Fluss wieder. Da hinten. Man sieht es da, wo es tief ist. Okay. Also. Wir fahren westlich. Ja, ich glaube, ich habe schon die richtige Stelle erwischt. Westlich. Und dann kommt so ein Knick. Was könnte der hier sein? Die Frage ist, welche von den drei, vor welchen dieser drei Dinger stehen wir? Da könnt ihr jetzt mitraten. Da will ich eure Interaktion. Da müsst ihr sagen, das ist doch Straße 1. Weil da bin ich mir nicht so sicher. Ich würde sagen, wir stehen an der Mittleren. Aber diese Sandwege hier als Straße zu identifizieren, ist halt auch ein bisschen anders schwierig. Ist das eine öffentliche Toilette? Okay. Okay. Der sieht schon sehr groß aus, der Weg. Straße 4. Ah, die haben wir nicht. Also das ist die kleine seitliche Straße, würde ich sagen. Ja, komm. Das ist die hier. Wir stehen hier und bingo, bongo, 3,51 Meter. So. Lesotho. Ich mag Lesotho richtig gerne durch die Lodges. Ich hab mich auch mal hier an der Lodge. Hier war irgendwo eine. Warte. Nee, nicht die Straße. Eine von den Straßen. Hier, hier, hier. Die hier. Da bin ich hier hingefahren. Was man hier für eine krasse Aussicht hat. An dieser Kante hier. Hier, genau hier. Doch, irgendwo hier muss es gewesen sein. Hier muss irgendwo eine Straße sein. Die ist zu tief. Wartet. Die Straße. Hier, doch. Muss die sein. Diese Lodge. Genau. Und dann, das hier ist richtig krass. Aber man kann es richtig gut finden. Ja, die haben nur die eine Straße da. Ja. Muss es die gewesen sein. Ja. Ja, nee. Die wäre zu flach. Es muss die da hinten gewesen sein, ja. Das ist richtig. Ich bin genau vor diesem Lodge-Ding hier gestartet. Masoba Lodge oder so steht direkt dran. Das erkennt man. Da ist so ein Tor und so. Und dann fährt man hier runter. Und dann wunderst du dich halt. Alter, was sind das für Gefälle? Und dann sieht man hier hinten halt nix außer nix. Und wenn man zurückfährt, hat man halt auch nur diese Bergpässe. War auf jeden Fall schön. Aber damit zu Runde 5. Okay, wir sind bei 44 Minuten und wir sind in Bangladesch gelandet. Oder Indien. Meinen wir, wir schaffen das innerhalb von wenigen Minuten? Ich würde sagen, wir machen einen Cut hier und machen eine zweite Aufnahmefolge. Bis gleich.